Der Nobelpreis für Chemie ist einer der fünf von Alfred Nobel gestifteten Nobelpreise, die denen zugeteilt werden, die der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Im Auftrag der 1900 gegründeten Nobelstiftung wird er alljährlich von der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften vergeben und ist seit 2012 mit 8 Millionen schwedischen Kronen dotiert. Nach der Bekanntgabe des Preisträgers Anfang Oktober erfolgt die feierliche Übergabe vom schwedischen König am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters, Auswahlprozess. Der Preis geht wie die anderen Nobelpreise auf Alfred Nobels Testament zurück. Die Organisation der Preisverleihung übernimmt die eigens für diesen Zweck gegründete Nobelstiftung. Kandidaten können von früheren Nobelpreisträgern, Mitgliedern der Königlich-Schwedischen Akademie der Wissenschaften und ausgewählten Universitätsfachkräften nominiert werden. Jeweils im September des Vorjahres der Preisverleihung bittet das Komitee die berechtigten Personen um Vorschläge, die bis zum 31. Januar beim Nobelkomitee eintreffen müssen. Die Leistungen der jährlich in der Regel über 250 vorgeschlagenen Wissenschaftler werden danach von unabhängigen Experten bewertet. Aufgrund dieser Bewertungen trifft das Komitee eine Vorauswahl und sendet einen von allen Mitgliedern unterzeichneten Bericht an die Königlich-Schwedische Akademie, der in zwei Sitzungen von deren Klasse für Chemie diskutiert wird. Anfang Oktober schließlich stimmt die Akademie in einer Sitzung über die Vorschläge ab und teilt das Ergebnis in einer Pressekonferenz mit. Grundsätzlich wird nur der Preisträger bekannt gegeben. Die Namen der übrigen Kandidaten unterliegen ebenso wie Informationen über den gesamten Auswahlprozess einer 50-jährigen Sperrfrist. Preisverleihung Die Preisträger werden zusammen mit den Physik-, Medizin-, Literatur- und Wirtschaftspreisträgern nach Stockholm eingeladen, wo am 10. Dezember, Nobels Todestag, die feierliche Überreichung der Nobelpreise durch den schwedischen König stattfindet. Neben einer Nobelmedaille und einem persönlichen Diplom erhält der Preisträger des Chemie-Nobelpreises ein Preisgeld von 8 Millionen schwedischen Kronen. Wird der Preis mehreren Personen zu erkannt, wird diese Summe auf die Preisträger verteilt, wobei die genauen Anteile vom Komitee bestimmt werden. Preisträger Der Nobelpreis für Chemie wurde bisher 171 Personen zu erkannt. Der erste Preisträger 1901 war der Niederländer Jakobus Henrikus van Tehoff. Neben Marie Curie erhielten nur drei Frauen den Chemie-Nobelpreis. 1935 deren Tochter Irene Julio Curie sowie 1964 die Britin Dorothy Hoschkin und 2009 die Israelin Ada Jonat. Einziger zweifacher Preisträger war Fred Eriksanger. Er erhielt den Preis als alleiniger Preisträger im Jahr 1958 und wurde im Jahr 1980 ein zweites Mal mit dem Nobelpreis für Chemie ausgezeichnet. Diesmal zusammen mit Paul Berg, dem der Preis zur Hälfte zu erkannt wurde, und Walter Gilbert. Zwei weitere Preisträger haben auch einen Nobelpreis in einer anderen Kategorie erhalten. Die Preisträgerin des Jahres 1911 Marie Curie war 1903 bereits mit dem Nobelpreis für Physik ausgezeichnet worden. Linus Galpauling war Preisträger des Jahres 1954 und wurde außerdem 1962 für sein Engagement gegen Atomwaffen mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. Roger D. Kornberg, der Preisträger des Jahres 2006, ist der Sohn Arthur Kornbergs, dem gemeinsam mit Severo Ajoa der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin des Jahres 1959 zu erkannt worden war. Es gab 63 Mal einen alleinigen Preisträger, 23 Mal teilten sich 2 und 21 Mal drei Personen den Preis.